Das ging wirklich schneller als gedacht. Unser FC Hansa hat einen neuen Direktor-Profi-Fußball gefunden und es ist ein altbekanntes Gesicht. Der 41-jährige Deutsch-Iraner Amir Shapurzadeh bekommt einen Zwei-Jahres-Vertrag und wird hoffentlich ein goldenes Händchen haben in Sachen Transfers und Kader-Zusammenstellung. Das brauchen wir unbedingt. Meiner Meinung nach hätte auch ein Ein-Jahres-Vertrag gereicht, um erstmal zu schauen, ob das Ganze funktioniert und passt. Alles im einen wissen wir natürlich, dass Amir Shapurzadeh mit dem VfL Osnabrück letzte Saison aufgestiegen ist. Geringe Mittel hatte er zur Verfügung und das Ganze geschafft. Ist also letzte Saison aufgestiegen, aber in dieser Saison sang und klanglos wieder abgestiegen und viele Osnabrücker haben sich gefreut, als bekannt gegeben wurde, dass Amir Shapurzadeh ihren Verein verlässt. Mein Gefühl war sogar richtig, falls ihr euch das letzte Video zur Entlassung von Christian Walter angeschaut habt. Da meinte ich schon, entweder wird es Matthias Schober werden oder Amir Shapurzadeh. Das Problem ist halt, dass du wieder einen verpflichtet hast mit nicht so großer Erfahrung und dazu eben dieser sang- und klanglose Abstieg von Osnabrück. Das wird ihnen natürlich sehr angekreidet. Deswegen sind bei mir schon ein wenig gemischte Gefühle dabei. Die Suche dauerte ja nicht lange, hoffentlich keinen Schnellschuss, aber zumindest hat man jetzt Klarheit und er kann sich um die auslaufenden Verträge kümmern. Gucken, wer mit in die neue Saison geht und welche Spieler den Verein verlassen werden bzw. gehen sollen. Das alles wird natürlich noch spannend, je nachdem in welcher Liga wir in der kommenden Saison spielen, ob Zweite, ob Dritte und dann können die Planungen losgehen. Ich bin in letzter Zeit immer ein bisschen kritischer gewesen, aber bei Amir Shapurzadeh habe ich ein leicht besseres Gefühl als damals die Verpflichtung von Christian Walter. Immerhin hat er eine Hansa-Vergangenheit, startete bei uns 2004 bis 2008. Passend dazu habe ich mein Trikot hier heute ausgewählt aus Bundesliga-Zeiten. Und nicht nur das, nein, beim legendären 4 zu 4 gegen den KSC traf er sogar. Also eine kleine Hansa-Legende, kennt den Verein, das Umfeld, was auf jeden Fall ein guter Faktor sein kann, um die Lage besser einzuschätzen und dementsprechend zu handeln. Ich bin sehr gespannt. Ansonsten startete er als Jugendspieler sogar beim ETV. Und guckt mal, was ich hier habe. Viele, die mich schon ein bisschen länger verfolgen, wissen, dass ich dort ebenfalls gezockt habe. Ja, in meiner Jugendzeit. Ey, also wenn das mal kein Zeichen ist, dann weiß ich auch nicht. Zudem spielte er unter anderem beim FSV Frankfurt, Kickers Offenbach und zu guter Letzt in Würzburg. Dort begann auch seine Karriere im Management. Danach ging es zum österreichischen Klub Admirer Wacker. Und zu guter Letzt war er eben bei Osnabrück tätig. Zum Schluss nur noch als Berater des Managements. Ja, die Osnabrücker können gerne nochmal ein wenig mehr Details reinschreiben. Wie habt ihr Amir Shapusa D. gesehen? Wie würdet ihr seine Arbeit bewerten? Natürlich hat man nicht viel Geld zur Verfügung. Bei unserem FC Hansa sieht es ein wenig besser aus, denke ich. Schulden wurden getilgt, abgebaut. Und man soll angeblich mit einem Rekordbudget entweder in die dritte Liga oder sogar in die zweite Liga gehen. Dadurch, dass man eben so gute Dauerkartenverkäufe hatte, Mitgliederzahlen im Merchandise und so weiter und so fort. Aber man wünscht sich natürlich auch grüne Zahlen in Transfer ablösen, was in den letzten Jahren irgendwie gar nicht so der Fall war bei uns. Die Spieler kamen, haben meistens einen Wert verloren und das will man besser machen. Ich meine, bei Osnabrück hat er schon positive, überraschende Transfers getätigt. Erinnert euch an einen Cohesence. Simakala in der dritten Liga wirklich rausgestochen. Ein Erik Engelhardt mit Hansa Vergangenheit, der auch nochmal einen ordentlichen Sprung gemacht hat. Ich glaube schon, dass er die Vereinsphilosophie kennt und wünsche ihm ein gutes Händchen. Gib dein Bestes. Wir heißen dich herzlich willkommen und dann, ja, Vollgas in der neuen Saison. Wir wollen geile Transfers, keine Leihspieler. Und wenn dann Junge, die man ausbilden kann, am besten noch aus der eigenen Jugend ein paar Spieler hochziehen. Lassen wir ihn arbeiten, wünschen viel Erfolg und hol uns hier, ja, aus dem Dreck wollte ich schon sagen. Aber ihr wisst ja, momentan ist wirklich der Wurm drin. Wie seht ihr das? Schreibt eure Meinung zu Amir Chapuzadeh in die Kommentare. Eine gute Verpflichtung oder eher weniger? Wie ist da so euer Gefühl? Mir ist gerade noch eingefallen, dass er auch in der Trainerwahl eigentlich immer ein ganz gutes Händchen hatte. Mit zum Beispiel Tobias Schweinsteiger, Koshinat. Und was ich mich sonst noch gefragt habe, ob es Konsequenzen gibt für Kevin Meinhardt, unserem Kaderplaner. Denn von, ja, einer Entlassung habe ich bisher nichts mitbekommen. Und damit danke ich mich für jeden Daumen nach oben, fürs Zuschauen. Bleibt stabil, morgen kommt meine Prognose zum 34. Spieltag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.